Das Jahr geht zu Ende mit all seinen Herausforderungen und Prüfungen. Viele Pakete wurden gepackt und seine Muskeln gestählt. Was Sie hier sehen, ist ein Azubi in Vollendung. Mit einem Epic-Split wünscht er Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020